Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 auf dem PC auf der Obertal. Die erste Ladung Kartoffeln wird hier verladen für die Lebensmüllfabrik, das dort weiter produziert wird. Wir hatten ja auch gesehen, dass nicht mehr allzu viel Mehl in der Lebensmüllfabrik war. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ja schon mal, wenn ich mich recht entsinne, vor längerer Zeit hier zur Mühle jede Reite hingefahren. Wo ist denn die Mühle hin? Dort ist sie. Das ist natürlich alles verarbeitet, ist klar. Müsste jetzt hier drüben ein bisschen was an Mehl da sein. 449.000, ja gar nicht so wenig. Aber ich glaube, wir hatten auch hier 100.000 oder 500.000 Liter hergefahren. Ja, okay. Da müsste dann, wenn der LKW fertig ist mit Kartoffeln fahren, dann kann er dann eigentlich gleich hier dann weiter Mehl fahren. So, machen wir noch die anderen Sachen durchgucken. Achso, der war hier angekommen. Den könnten wir ebenfalls hier nochmal erstmal das Teil abstellen lassen und dann müssten wir den eigentlich Richtung Kalkmine mal schicken. Dort hat man ja Diesel hingefahren. Dann muss der seinen Hänger wieder kriegen und dann kriegt er wieder hier die Aufgabe, Kalk aus der Kalkmine zum Hofstil zu schaffen. Das solltet ihr hinkriegen. Das hat er ja schon mal hingekriegt. So, den Hänger organisieren wir uns natürlich hinten am Parkplatz 7 am besten. Oder bei... Noch besser ist eigentlich, wenn er... Wir müssen dort unbedingt Garagenplätze sonst einrichten. Noch besser ist eigentlich, er steht bei den Tieren... Bei den Kühen, wo es Gülle gibt. Ich lockiere da jemanden. Ich hoffe mal nicht. Weil der Wasserfahrer fährt dort nicht lang. Ein Strohfahrer ist keiner unterwegs. So, was wir am besten hier gleich nochmal machen. Wo will denn er in? Ich will aber schon wissen, was er tut. Ja, ich hoffe mal, dass unsere Ernte läuft. Dass wir uns da nicht viel drum kümmern müssen, weil wir haben eigentlich keine Zeit, uns drum zu kümmern. Wir nehmen hier den nochmal. Räumen hier nochmal die Spawnplätze frei. Wätschens Richtung Winter müssen wir uns hier auch um Holz kümmern. Vorher geht das leider nicht. Schaffen wir nicht. Beziehungsweise schwebt mir da noch so eine andere Idee vor, aber das weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. Also nicht so, dass wir kein Holz mehr machen müssen, aber eventuell eine andere Fläche vom Baumstämmen befreien oder von Bäumen befreien. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht, ob wir das machen. Dann müssen wir erst mal gucken. Schauen wir mal, was die Zeit da so bringt. Wenn natürlich auch weiter gedroschen wird, sollten wir uns auch demnächst drum kümmern, dass wir vielleicht unten schon auf 43 einen Strohabfahrer in Gang kriegen mit. Das Stroh könnte natürlich dann im Komposter, aber da wird er ganz schön weit fahren müssen. Kann sein, dass wir es erst mal auch dort ins Außenlager schaffen, wo wir den Rocken hier auch hinschaffen. Das wäre mal, wird so fast noch der beste Weg sein. So, noch ein Stück rüber und dann einmal bitte abladen. Da haben wir schon mal etliche Stapel da. Meines ruckelt hier ein bisschen, aber wahrscheinlich aufgrund der vielseiter Balletten hier, aber wir sind ja nicht permanent hier bei den Balletten. Wenn wir doch ein Ballettenlager bauen, ja, stört mich halt nur eine Sache dran, dass ich dort zu wenig Balletten auf einmal auslagern kann. Ja, woran klemmt es? Hier klemmt es schon am Baumstämmen. Ja, dann ist es so, ne? Unser Sägewerk steht schon. Vielleicht, wenn das Sägewerk keine Bäume mehr hat, ja. So, jetzt haben wir zwei jetzt, vier. Das muss man mal bei sechsen. Das muss man, das noch ein bisschen einigermaßen gleichmäßig aufteilen. So richtig viel ist aber ja auch nicht mehr da. Na gut, hier ist es dreimal ausgeräumtes Ballettenwerk, was dort steht. Ja, fehlt uns leider momentan die Zeit dazu. Weil unsere Produktionen sind oder waren relativ gut bestückt mit, ähm, na sechs, dann jetzt haben wir acht, da hätten wir doch noch mehr machen müssen vorhin. Sieben, ne? Sieben haben die angefangen. Ja, ne, passt schon. Ja, wie gesagt, unsere Produktionen sind eigentlich noch relativ gut bestückt mit Leerballetten. Bloß das ändert sich natürlich, ne? So, laufen wir gleich mal hier vorne zu dem Kalkstreuer. Der braucht natürlich auch noch einen Kurs, ne? Und dann müssen wir mal gucken, warum die Drescher stehen. Na, ich vermute mal, das wird wieder unser Mais-Drescher sein. Ja, Pfarrer brauchen wir unwahrscheinlich lange. So, zehn Kalken kann es nicht geben, weil wir haben Feldzehen ja gekauft erst und abgeerntet. Noch nicht mal selber angesät, ne? So, drei Vorgewände machen wir. Wir machen Feld rein, sehr auf die Ecken machen wir. Und wir machen natürlich 19 Meter. Das sollte soweit funktionieren. Dann speichern wir das Ganze. Kursproblem muss was geändert haben, ne? Dass er das Ende jetzt hier immer so zumacht. War vorher nicht, ne? Hätte ich gesagt, hätte sonst immer der höher gestanden, ne? So, können wir natürlich das hier wieder ausmachen. Das wäre noch schön, wenn der Zahnspeicher noch wieder ausginge. Aber das ist halt so. Wir machen weiter am ersten Wegpunkt. Und ja, der Rest sollte passen. Nämlich auch die Frage, wie viel Kalk überhaupt unten noch am Hof da ist. Ich glaube, dorthin müssen wir. Wie viel wird er brauchen? Mindestens drei bis drei Ladungen oder dort brauchen. Das sind besser 199.000, klar. So, ist unser anderer hier schon angekommen im Kuhstall. So, wir können gleich mal noch hier durch den Kuhstall durch sauber machen. Nicht, dass wir das vergessen. Da vorne kommt er gerade. Also sind wir doch genau richtig hier. Können wir noch dreimal den Besen wegschmeißen. Dann können wir ihn zur Kalkmine schicken. Er kriegt seinen Hänger und er kann eher Kalk holen. Ich weiß, müssen wir vielleicht erst noch mal hinspringen, was produziert ist. Aber es müsste ja, was sich natürlich jetzt nicht kontrolliert. Doch, das hatte ich schon mal abgeändert. Bei der Kalkmine wird ja jetzt auch Salz mitproduziert. So, der Besen fortgeschmissen. Das hatten wir schon gemacht. Nochmal. Bleibt jetzt dort stehen. Mist ist auch gut gefüllt schon mittlerweile, ja. Ja, mit dem Thrasher muss ich alles erledigt haben. Die Meldungen sind weg. Also es wird abgefahren. Also sollte eigentlich alles soweit passen. So, er holt natürlich ab. So wie wir das gesagt haben, an der Kalkmine. Der Kalkgrube. Dort tut er sich mit Kalk beladen. Er bringt es natürlich zum Hoflager. Kalklager ausladen. Und vorzugsweise Kalk. Weil was anderes wird er dort nicht kriegen. Und nicht nur fünfmal. Er kann so lange fahren, bis er Diesel alle ist. Ich weiß nicht, wie oft er fahren muss. Das können wir uns auch gleich mal kurz angucken. Kalkmine war doch hier unten. Wir haben 625. Wird auch noch produziert. Diesel ist auch noch ein bisschen was drin. Auch da ist was geändert worden. Vorher haben wir doch, glaube ich, nicht so viel. Oder wie viel Diesel hat man schon mal? Wir haben ja hier schon mal leer gefahren. Wie viel hat man da hingebracht? Diesel weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber gut, das passt schon. So, genau. Er ist angekommen. Oder müssen wir los schicken wieder? Ach, Kühe brauchen noch Mischrationen. Genau, Mischrationen. Gutes Thema. Eigentlich nur noch die Kühe Mischrationen. Ja, wir werden noch Geld in ein neues Fahrzeug investieren, oder? Bei unten an den Silo, was wir in der gestrigen Folge gebaut haben. Dort, denke ich mal, werden wir uns Weinefutter einlagern. Wir werden uns dort Mischrationen einlagern. Und das wird dort einer stationiert, den wir jetzt kaufen. Ein Trecker mit Hänger, der das dann immer verteilt auf Futterrouten. Ist natürlich jetzt wieder, wenn wir Mischrationen machen, und wir schicken den wieder an mehrere Ziele. Bei einem Schwein ist das eine Sache, Pferde, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Gut, das wird wieder schief gehen, was wir da machen. Gut, mit der Mischration weiß ich noch nicht, aber... Da können wir was anderes gucken noch. Und zwar, denke ich mal, wir haben ja die Ölmühle weg. Die Ölmühle war dort. Die haben wir schon einmal leer gemacht. Und hier steht auch schon wieder reichlich was da. Hier ist bestimmt schon wieder was alle, oder? Ne, Gluckraps ist noch da. Wird noch was produziert. Aber bei den Sonnenblumen ist der Trigger weg. Ach, shit, lädt gerade einer auf wahrscheinlich. Längerwein-Sonnenblumen, werden die Sonnenblumen alle sein. Und wir haben hier 137.000 Mischrationen. Genau, und die kann unser neuer Trigger dann... Hier einen kompakten, nehmen wir da. Hier so einen kleinen. Da fahre ich immer hier John Deere-Mod mit. Konfiguration, Standard, Frontgewicht. Da machen wir Vitalik, Reifenhersteller. Willing nicht. Was? Felgen, zweite Version. Eigentlich dachte ich, ich kriege Breitreifen auch. Da bin ich jetzt hier schon bei Trelleburg. Kriege ich da Breitreifen? Breitreifen. Hinten mit Ring. Machen hier bloß Breitreifen. Ähm, Design. Also die Terminals kosten 3.700. Ne, die brauchen wir auch nicht. Ja, soll ich ja bloß fahren. Motorausführung kriegt natürlich den größten Motor hier mit Chip-Tuning. Frontlader-Anbau brauchen wir bei dem Gerät nicht. Rundumleuchte. Ähm... GPS. Ne, für 8.000 eine GPS-Anteine. Ne, danke. Rundschilder brauchen wir hinten auch nicht. Auspuff. Wanderlassen. Schondierhorsche auf der Motorhaube brauchen wir auch nicht. Dachkonfiguration. Ja, können wir Panoramadach machen. Das ist auch ein Siemer. Das gehen wir aus. Türen machen wir. Lassen wir normale. Radio kommen wir auch nicht. Nummernschild auch nicht. Das. Ups. Ähm, ne. Off-Clever werden wir keine brauchen. Undere Ergänzung. So, ja genau. Hier Hupe und Licht. Machen wir komplett nochmal oben drauf. Vorne den Schutz brauchen wir auch nicht. Kostet das gute Stück 95.000. Das geht noch. Er braucht natürlich noch ein Gewicht. Ja, und nicht nur ein Gewicht. Er braucht dann sicherlich auch noch einen Hänger. 900 Kilo Gewicht vorne dran. Das reicht. Hier habt ihr ein Dirgewicht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt da bin ich mir nämlich gar nicht sicher, dass ich den Strautmann mit aktiviert habe. Oh, sieht nicht gut aus, oder? Doch, da ist er. Und zwar, weil, genau. Da gehen 20.000 rein. Er hat keinen Aufbau. Und, ähm, der kippt nicht, sondern der schiebt nach hinten ab. Denn wenn wir wirklich hier im Kuhstall Mischrationen fahren, können wir ja nicht abkippen nach hinten. Weil das geht ja meistens schief. Da hatte ich noch geguckt nach einem Hänger, der nach hinten abschiebt. Und das macht der Strautmann. Und mit 20.000, denke ich mal, ist das auch eine gute Wahl hier. Kostet ja halb so viel wie der Trecker. Äh, schönen satten Sound. Der ist trotzdem noch ganz schön hoch, der Hänger. Wo ist unser Trecker zu klein? Ne, das passt schon. Das reicht aus. Für die 20.000 sieht er ganz schön groß aus. Muss gehen. So, er kriegt natürlich auch gleich eine Aufgabe. Es ist ja nicht so, dass man hier nichts machen muss, ne. Ähm, er holt natürlich an der Ölmühle. Mischration beladen. Und fährt die Mischration natürlich, ähm, bei die Kühe. Und zwar futtern. Mischration. Mischration. So, und fahren kann er so lange, bis nichts mehr reinpasst, ne. Denn er wird dann auch derjenige sein, der Schweinefutter verteilt. So jedenfalls der Plan. So, ich muss mal hier durchgucken. Hier sind wir jetzt vom Vorgewende schon auf die Feldreihen übergegangen, der Trecker. Das sollte soweit funktionieren. Hier sieht es auch so aus, als ob er drei Vorgewende fertig hat. Ja genau, das vorne macht er schon Feldreihen. Das war ja so schräg. Ging ja leider nicht anders. So, hier ist eine Ladung Mais unterwegs. Ja, an der Schule ist schon wieder das Tor zu. So, hier ist Mais, was war das? Achso, genau. Ähm, wie viele sind hier drin? Meine Futter sind hier noch 18.000 Liter drin. Dann gucken wir mal noch, was... Ach, Zuckerfabrik ist natürlich auch noch ein gutes Thema. Die wollten wir uns gleich auch schon mal zulegen, oder? Oder hat mal Zuckerrühm gemacht? 818 Liter Schweinefutter haben wir drin. Ja, okay. So, dann, ähm... kriegt er einen Abholkurs. Und belädt sich... an... Futterwerk. Futterwerk, Schweinefutter beladen. Achso, müssen wir erst mal kurz hier noch was ändern. Das steht doch noch hier oben drin, ne? Genau, die zwei Ziele, die müssen ja hier noch zum Hof. Die müssen wir ja noch verschieben. So, und ausladen. Soll er dann am Herdehof-Silo ausladen. Dort soll ja Schweinefutter hin. Und Schweinefutter. Dann kann er hier mal losfahren. Gut, er fährt erst ausladen. Klar, weil er 94% drin hat. Das passt soweit. Das sollte eigentlich funktionieren. Hier können wir... Auto-3-4-Ausschalten. Den Editor. Dann haben wir schon wieder reichlich Helfer unterwegs hier, ne? Er wartet auf den Ruf vom Thrasher. Der dort hinten kommt. So, wir müssten hier auch unsere Hofproduktion mal wieder bedienen, ne? Da wird ja nichts mehr loswerden, denke ich mal. So, er kann erst mal hochfahren zum Hof. Zum Parkplatz. Da werden wir mit denen mal die Hofrunde alles erledigen. Oh, bei der Hörse sieht es schon gut aus. Da haben wir bloß noch das Stück hier hinten. Ach, haben wir ihn hier wieder gemacht. Ähm, ja. Er ist natürlich auf die Route geraten, hier wollen wir rückwärts reinfahren. Da sind wir selber schuld. Ja, Bäume. Bäume ist so ein Thema, ne? Und bläht er sich nicht? Ja. Der Punkt zu nah dran. Da kann man aber doch keine Kamera drehen. Da kann man aber doch keine Kamera drehen. Wenn er sich nicht belädt, das wäre schlecht. Oh, er müsste fast mehr ausholen, oder? Ja, wir haben das hier mit einem kleineren Gespann schon mal gemacht, ne? Oder steht der Hänger jetzt nicht unter dem Trigger drunter? Doch. Wir waren einfach, der Punkt war nicht weit genug vorn. Na gut, auf der vordersten Kante ja erwischt es, ne? Sieht optisch nicht so schön aus, aber okay, fast schon. Hänger wird voll, also wird Mischration zum Kühen gefahren. So, er hat dort was abgeladen, hoffe ich. Oder klappt das hier auch nicht? Achso, den Hänger schiebt er noch zurück. Doch, hier geht's weiter, das passt. Also sollte das eigentlich funktionieren? Wo fährt er jetzt rum? Sicherlich links rum, oder? Okay, das passt schon. So, wir müssten natürlich hier unten Ach nee, wir müssen eigentlich gar nichts. Wir müssen erst mal, ähm Wir müssen erst mal gucken. Wir haben doch in der letzten Folge noch unsere LKW losgeschickt zum Hotel. Fällt mir jetzt gerade so ein, weil wir ja unten am Hotel Reiterhof vorbeifahren. Er hat mir doch hier hinten hingeschickt zum Hotel. Da ist er doch. Da hat mir keiner ausgeladen. Oh, nee, nee, nee. So, einmal so ein Stück rüber noch. Und dann gibt's Geld aufs Konto. Ja, er fährt noch mal in die Lebensmittelfabrik. Oder? Nee, müssen wir nicht noch mal hin. Da sind ja bloß die paar Paletten stehen geblieben. Kartoffeln waren ja alle gut zum Beispiel hingekommen, aber gut, da müssen wir nicht noch mal hin. Wir fahren aber in die Ölmühle. Da hat man ja gesehen, sind ja auch reichlich Paletten produziert worden. Beziehungsweise, wo wir auch nicht waren, waren wir später in die Ölmühle. So mit der Molkerei. Dort schicken wir ihn mal hin. Gucken wir, wenn wir das nächste Mal erwischen. Sind schon wieder neue Tiere dazugekommen. Also müssten wir uns ja ernsthaft Gedanken machen, weil der Schweinestall, ich denke mal 500, ähm, war's so, dass 500 Tiere reingehen? Genau, 500 passen rein. Hier fehlt's Vorschaubild, okay. 500 Tiere passen rein. Also sollten wir über kurz oder lang, ich weiß ja gar nicht, wie viel wir da noch überhaupt brauchen. Weil das war so die Überlegung, einen zweiten Schweinestall irgendwo hinzubauen. Wir haben nicht mal eine Baustelle fertig und denken wir der nächste nach, ne? Naja, mal sehen. So, theoretisch müsste doch mal hier oben im Hof auch unser 1050 angekommen sein. Lass mal einmal, ähm, So, er bringt Soja. Also, es wird mehr hier, aber das war ja Soja. Ich hatte jetzt vermutet, ich hab'n Schweinefutter. Ich hab' jetzt vermutet, ich hab'n Schweinefutter. So, das war ja so. So, das war ja so. Ich meine, wir müssen ja auch bald wieder spritzen. So, Kompost 35.000. Die sieht's vorne aus in der Düngerfabrik. Da haben wir auch nicht mehr viel drin, oder? Ach, die ist auch voll. Ähm, können wir auch um Fass Gülle holen. Aber das würde ich sagen, das können wir dann morgen weitermachen. Denn das soll's für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass wir morgen noch ein bisschen zum Dreschen kommen, dass... Oh, gut, ja, es ist 14 Uhr. Wir werden schon bis zum Abend den Dreschen kommen, dass wir was schaffen, vor allen Dingen beim Dreschen. Also, ich sag' mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir ja morgen weiter. Bis dahin. Tschüss.